Ihr habt den Falschen. Du vergisst mich am besten. Papier! Ich liebe dich. Sag das nochmal, Irren Samo. Ich liebe dich. Sie sind verhaftet wegen Mordes an Roland Legrand. Ihr habt den Falschen, Mann. Ich war die ganze Nacht bei ihr. Kommen Sie jetzt mit. Er war bei mir! Das ist ein abgekartetes Spiel. Du vergisst mich am besten. Papillon, oder? Hast du Geld? Solltest du haben. Oder schaffst du es nicht heraus? Louis Degas. Der Typ ist ein Millionär. Du ziehst eine Menge Blicke auf dich. Ich passe auf, dass dir nichts passiert. Ich brauche nur genug Geld für die Flucht. Sagte der Skorpion zum Frosch. Hier drin sind wir alle Skorpione, mein Freund. Ich weiß, dass einige von euch an Flucht denken. Es steht euch frei, es zu versuchen. Es gibt zwei Wächter, die unentwegt im Dienst sind. Der Dschungel, wo ihr im besten Fall nur verhungert. Oder ihr versucht es über das Meer, wo die Haie immer hungrig sind. Deswegen tun wir unser Bestes, euch zu brechen. Papillon! Dschungel, 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 Dschungel.